So Leute, so, uah, es geht weiter! Uh! Schutzraum! Nicht gelockt, nur um! Also Schutzraum. Nö. No. Okay, ich hab's grad getötet. Und? Was ist da denn? Ich hab's grad... Du hast das... Ich hab's grad' geschaut. Ich hab's grad' geschaut. Ich hab's grad' geschaut. Du hast du, Franzis! Ja genau! Ich hab's grad' davalert! Was geht weiter? Nein, das ist ein Bug. Es ist ein Bug! Hallo! Hallo! Was? Minus 1! Ich hab grad Munition Minus 1! Let's go and do this! Let's take this time! Ja, ja. Hat dir was gegeben, wenn die Kante die oben bleiben? Ja, da kommt's klein. Können wir uns nichts anmachen. Ha, ha! Oh! Oh, hier, die Stichke, die kann die nicht sehen! Wir können nicht sehen, ob man ein verbündelter Part. Alter, da ist ein Hunter. Ich geb den Tipp, da ist ein Hunter. Nein, warte mal, Entschuldigung. Nein! Nein, das war grad unsere Abstimmung, ob jemand drauffliegt. Nein! Was? War nicht unsere. Ich bin grad so eingelungen. Was wollen wir eigentlich danach aufnehmen? Hä? Was wollen wir eigentlich danach aufnehmen? Was warst du aus der Stichke? Ähm, die solltest du mal abstimmen, was wir mal machen sollen. Ja, wenn ich mal was. Ich kann eine Witch. Echte Witch? Nein! Keine Witch. Klar. Nein, ich seh keinen in dem Zelt. Jetzt gibt's neue Geräusche. Nein! Alter, hier oben ist hier los. Ihr wollt gar nicht hoch. Ihr wollt nicht hoch. Wie ist ein Witch? Haha, Todesfalle! Nö. No, ich hab das gemacht, ich bin Boomer! Nein, der eine hat mich runter geschumpft! Wir, wir, wir! Wir, wir, wir! Ja, er ist auch noch. Du bist noch mal. Ja. Mit hab ich. Doch, die Zombies greifen dich jetzt alle an. Wirklich. Oben sind jetzt alle. Oben sind jetzt alle. Es sind richtig viele, die haben einen Hund abgeschubst. Ich will auch schon mal danach Terraria aufnehmen. Aber ein gewisser möchte nicht. Aber das muss der ja nicht wissen, wer das ist. Wenn zwar nicht, Ari. Bitch! Ja, hab ich doch gesagt. Ich seh die nicht. Auch nicht. Schau mal, ich seh keine Bitch im Feld. Doch, musst du sehen. Nein! Nein, tschau. Du kannst jetzt gucken. Das ist die selbst so. Schau, hier ist keine Bitch. Da ist sie, die wird nicht angezeigt. Die ist hier auf den Gang. Angegriffen. Und die Hälfte. Sie hat ein Headset. Die Einer hat ein Headset. Schlumpf. Da. Null. Kannste. Aus der Schüssel hinbleiben. Die labern ganze Zeit. Schlumpf. Oh, sie heilt sich. Oh, sie wird gespuckt. Und konnte sich nicht heilen. Und sie heilt sich. Und sie wird angegriffen. Und sie liegt. Ein Zombie liegt sie. Ein Zombie. Ein Zombie hat sie gekratzt. Lass mich mal. Ja. Hihihi. Aha. Aber dafür liegt er noch. Bin ich aber nicht. Und da hinten. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das ist ein Kopf. Belastere ich. Was hast du denn? Was hast du denn? Das ist ein Kopf. Ach echt. Halt mich mal. Hab gedacht bin ich. Oder wenn du willst. Mann, scheiß Zombie. Lass mich doch mal nachladen, Mann. Mann. Oh. Ich fühlte jetzt total weh. Oh guck mal der. Besieg mich. Nein. Nein. Besieg mich. Besieg mich. Weil er im Computer ist. Nein. Der ist eingekotzt. Der kann die Überlebenden nicht sehen. Ja, aber der hat mich gesehen. Weil er im Kopf nicht. Äh, da sind ganz viele Zombies. Der fängt. Ist tot. Nein. Der kommt jetzt noch auf. Warum will es tot? Weil es scheiß Spiele ist. Tschüss. Kein Spaß. Ähm, wollen wir jetzt das andere spielen? Hallo? Bitte. Nee. Nein. Ich kann grad machen. Fisch. Nö. Dann brauchst du es jetzt. Einfach. Ja, okay. Ja, das war's. Scheißspiel. Fick dich. Ich kann das nicht. Wenn es euch gefallen hat. Ich spiel jetzt kein Spiel. Kein Spiel, oder? Ich spiel aber jetzt was anderes. Dortmund-Fan. Wer Dortmund-Fan ist. Mhhh. Warte mal. Und abonniert, wenn ihr diesen Gummimarkt. Wenn ihr diesen Gummimarkt dann abonniert. Habt ihr überhaupt Fußball beleمنit? 900. Werdet ihr mich mal interessieren? Ich. Ich nicht. Wer mag überhaupt den Fußballverein Murs. Also ich werd nicht mehr Fußball dabei sein. Und Es ist aber überkommen. Ja, alles abgespielt. Und ja, bis. Tschüss. Charliahuhu. Charliahuhu.